Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zum LS17 wieder auf dem Community Server und heute ist der Niklas wieder mit dabei, hallo. Hallöchen. So. Er seht jetzt für mich, das finde ich cool, dann kann ich nämlich dann hinterher gleich dünnen. Die letzten Folgen habe ich ja das ganze alleine gemacht, habt ihr ja da noch BGR und so gemacht, ne? Ja, also gestern haben wir angefangen. Ja genau. Und jetzt mache ich hier mal... Sonst immer Holz. Bitte? Sonst immer Holz. Sonst immer Holz, genau. Aber ich würde fast vorschlagen, dass ich jetzt hier nachdem ich hier gedüngt habe quasi die Spritze mal wieder abhänge. Weil das dauert ja noch wieder bis du... Wobei ich kann ja hier nochmal schnell runterfahren. Weil bis du da fertig bist mit Seen, kann ich vielleicht ja schon parallel anfangen das große Feld mit der anderen Seemaschine zu sehen. Weil da wollen wir ja Sonnenblumen hinpacken. Mhm. Und das geht ja nur mit der anderen Seemaschine. Ja. Und ich glaube das ist so parallelmäßig ganz geil. Hallo Semmer, fahr mal nicht so schnell. Ja Full Speed. Full... 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 Full Speed. Ich fahr nur 12 hier. Ah. So ne Scheiße. Mann ey. Total doof. Bratwurst... Bratwurst macht der zu heute erstmal wieder weiter, ne? Aber ist er auch wieder da oder? Was? Aber der ist nicht... Also der ist nicht der ist. Ne. Aber er ist auf dem Server. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Dass er gejoint ist. Ja das ist cool. Dann kann er vielleicht ja das ganze Holz da mal verkaufen was da noch irgendwie im Wald irgendwie die ganzen Hackschnitzel... Ja die Hackschnitzel waren gestern noch größer der Haufen. Echt? Der Haufen war glaube ich 20 Meter lang oder so. Okay. Ich hab die ganze Hackschnitzel gemacht. Naja aber er fährt das weg zumindest. Sonst haben wir ja immer erst das ist hingeladen. Aber dann hab ich gesagt zu Paul. Ne komm lass da erstmal ein Haufen mal. Dann können wir später mit die Förderbänder ran und färtsch. Ja. Voll gut. So. Jetzt nehm ich mir aber erstmal die andere Seemaschine. Le Seemaschine. Ähm. Wo ist die denn da? Oh ne jetzt muss ich nicht ernsthaft mit dieser kleinen Seemaschine auf dem großen Feld fahren oder? Ohhohohohoh. Nаа. Trei Meter. Nein. Naa deeper. written accu. Way hat sich die sch europe dann überlegen×. Ech. Ech. Verdammt. Mit der. Aber die diffusion zumindest gleichseitig. Hah. Ja. Geil! Pup puUP! Pup, buuu. Pup puap. Die pasta ungest gleichzeitig. Das ist geil. So ja. Ich möchte ganz gerne äh. Hier mit Z ging das ja Sonnenblümchen Anpflanzen Ach ja Ey das ist schon die vierte Folge Hier in der Aufnahmesession heute Crazy Voll produktiv hier heute Läuft Auf jeden Fall So soll ich mal mit Spurenreißer arbeiten Wie geht denn das hier X und Y X und Y War so ein 15er auf jeden Fall Ja nur mit Y Aber ich glaube hier muss ich eh Mit dem Reifen direkt ranfahren Damit das von der Arbeitsbreite Her passt Aber mach ich mal Ich mach mal hier mit Mit Außenriss und so Dann kann ich nämlich hier von der Innenperspektive fahren War das Y Ja Y Y war das Dann mach ich das nämlich auch gleich mal Warte mal Ach shit Warte mal Nein Was ist denn jetzt Nice nice try Ich wollte schon anfangen zu sehen Aber ich hab vergessen Bei der kleinen muss ja vorher auch noch grubbern Ach Grütze Verdammt Nichts kann man hier mal zwei Schritte gleichzeitig machen Ey dann tu doch den Spurreißer ausfahren Und dann tu es mit denen grubbern Ja das dauert ja noch viel ewiger So Das dauert Wir sind gleich fertig Mit 10 Ja toll Ich grubber jetzt erst mal Ach ätzend Naja egal Haben wir ein bisschen was vor uns Leute Hab ich mir gut ausgesucht das größte Feld Mit den kleinsten Maschinen Verdammt Na egal Gibt schlimmeres Huch scheiße Immer komm ich an das Mikro Ich hab da Im Moment irgendwie bin ich damit auf Kriegsfuß Weil ich immer noch keine Richtige Position fürs Mikro gefunden hab Ihr seht jetzt den Spurreißer bei den letzten drei Bahnen ein Sehr gut So Dann grubbern wir erst mal schön vor uns hin Leute Schön in der Innenkamera Äh Innenperspektive Kann man das dann mal ganz gut machen hier Ich bin mal gespannt wie das nachher aussieht Wir wollen nur in der Innenansicht zu fahren Bitte? Ich hab probiert Wir wollen nur in der Innenansicht zu fahren Ich find das auch mal ganz geil Irgendwie so immer in der Innenansicht zu fahren Aber wenn du so große Maschinen dabei hast Dann kannst du ja immer nicht sehen Wie Nah oder weit du da ranfahren sollst Aber bei den Grubber und Sehmaschinen Ist es ja im Prinzip Immer so breit wie die Maschinen Oder der Trecker selber Das ist ja das ganz coole dabei Oh Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus Dann grubbern wir hier mal den ganzen Scheiß unter Ja Bitte sonst nachher muss ich hier noch am Beispiel neu starten Oh oh Aber die ersten zwei Folgen die ich gemacht hab Immer immer Ich bin hier Sobald ich da irgendwas an der Grafik umstelle Es sieht bei mir die Spiegel aus Okay Lärft nicht Die Spiegel kannst du ja eh nur mit High oder Ultra Nee Nicht? Auch bei Medium schon? Jo Okay Ist doch gut Oh ich mit Medium Custom spiel Okay Brauche ich jetzt keine Spurreise mehr Bisher sieht das ganz gut aus hier Schön am Groban Dann noch düngen Also wenn du sonst Langeweile hast oder da schon gedüngt hast mit dem Feld fertig bist Kannst du sonst auch hier herkommen und Sonnenblumen pflanzen Weil ich glaube bis ich hier fertig bin mit dem Groban das dauert noch ewig Wobei warte mal ich setze hier mal den Helfer rein Und dann nehme ich hier den Den Trecker vom Hof Äh vom Händler Ach hier ist noch ein Anhänger den ich verkaufen sollte wieder ne Den hatten wir gemietet oder was? Auf Zeit ich feiere jetzt mal voll gut Oh Oh Das ist doch gut Kann man mal machen Warte bleib ich denn da hängen Digga Hier ist so viel Platz und ich bleib da hängen Digga Digga was ist da los So welche Richtung muss ich denn? Ich muss hier rechts rum Und wieder rechts oder? Ja So erstmal den kleinsten Trecker mit dem dicksten Gewicht Stabil Äh Aber Holen wir uns gleich äh Das packen wir gleich mal ab und dann fahren wir mal Mit dem Mit der äh Dings da gleich hinterher Der Seemaschine Ach ja So ist das nämlich hier Leute Ja Du bist grad noch am Düngen ne? So Okay gut Alles klar Dann kannst du sonst gleich bei Feld 24 weitermachen Mit Düng? Ne mit äh Seen Gedünkt Gedünkt sind die alle schon das erste mal Habe ich grad eben alles schon gemacht Äh auch Sojaporn oder? Ne da kannst du entweder Gerste Weizen anpflanzen Ja pflanz mal auf dem einen Gerst und auf dem anderen Weizen oder auf einem Gerste Weizen und dann auf dem anderen Raps oder so Da haben wir mal ein bisschen was gemischtes weißt du Mhm Dann können wir erstmal wieder ein bisschen was in den Bunker packen Und äh Und dann sollte das funktionieren Dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat dann können wir das nachher verkaufen Oh da stellt er mir einen leeren Dünger hin Ne Was? Dann soll ich erstmal auffüllen das Ding Wieso? Ich wundere mich warum das Ding nicht mehr weiter spritzt Es ist alle Ja und wenn du das alle machst Kann ich auch nix für Ja du Hallo? Immer ich ne ist klar Ja Ja Hm merke ich mir Das merke ich mir Mach mal den Leer der da umgeflogen ist ey Müssen wir auch schon wieder bald neue kaufen Ha der fällt nicht den umgeflogenen auf Oh man ey Ist ja scheiße Der hat ja da hinten Den hintersten Niedergenommen Was? Ist der voll oder was? So Jetzt geht das los Leute Jetzt hab ich die Maschine angemacht Jetzt senke ich sie Ne angemacht ist sie irgendwie noch nicht oder? Jetzt ist sie an Alle spinnen mit ihrer Lenkräder hier ey Hä? Alle spinnen mit ihrer Lenkräder Normal Lenkrad spielen ist auch geil Schade dass da oben an dem durchsichtigen Rohr keine Animation ist Das wäre ganz cool Eigentlich wenn du da so irgendwie Körner durchfliegen siehst oder so Jetzt hätte was Ja bei welchem Rohr jetzt? Naja bei dem wo ich hier bin Warte mal Düngt er das jetzt eigentlich gar nicht direkt oder was? Ja wenn da kein Dünger drin ist dann wird das auch nicht Doch doch aber Doch doch aber ich äh Äh Saat Maschine aussteigen Helfe einstellen Den erheben Kario vergrößern Aussteigen Gerät wechseln Ne ja dann ist alles gut Dann macht er das auch Ja 895 Hab ich drin 94 Ja Düngt er Düngt er perfekt Perfekt So jetzt muss ich eigentlich ja nur auf der Spur bleiben Wo der Spurreißer gefahren ist ne Ob das funktioniert so wie ich das hier grad vor hab Ich bin noch nie Hab noch nie so richtig in der Innenperspektive gesät oder sowas Aber ist auch mal ganz geil das so zu machen Muss ich sagen Also ist Auf jeden Fall cool Joa läuft auf jeden Fall denk ich mal Ne Doch Stabil Labil Stabil Gott da fahr ich denn so fett 24 und so laut Kost Ja mach mach Boah was Ein paar Stellen nicht getroffen What Ich hab jetzt hier in diesem Spiel noch kein Kartoffeln drüben und Sonnenblumen geerntet Echt ne wir haben noch letztens Sonnenblumen geerntet Äh du Ja ich Ja Ja Jetzt lässt du mich das mal machen Ja kannst du ja hier gleich das ganze Feld äh ernten Ist ja groß genug hier mit den drei Reihen die ich hier pro Bahn sehe ey Ah ist ganz geil ich muss sagen auch die kleinen Sehmaschinen sind geil nur äh oder Maschinen allgemein nur äh äh ist natürlich auch immer so ein So ne Sache bei großen Feldern oder so dauert das natürlich alles immer ein bisschen länger Was lachst du Hä Nix Ja ist ja so bei den großen Feldern dauert das länger Ja ist ja so bei den großen Feldern dauert das länger Soll ich denn machen Ist ja auch so Nein nicht mit deinen Feldern Sondern was du da machst oder was Mh Mh Wieso was machst du Ich merke das schon was fragst du hast du je schon mal was anderes gemacht alles gut es geht aber langsam zu weit mit dir ja kann ich verstehen gar nicht verstehen ah das heißt ich muss gar nicht mit dem reifen auf dem spurrille fahren die ich gemacht habe sondern mittig mit dem trecker kann das sein ja gut das macht natürlich dann auch mehr sinn bei mittig schaffe ich das ja mittig habe ich ja vorne auf der hauge einen punkt aber mit dem reifen ist das halt alles ein bisschen schwieriger wo du hast ein ei eingesammelt noch eins ja ich sammle gerade ganz nahe mann kauf dir einen kopf aber du könntest mal mit deutsch tappen ich hänge fest wie du hängst fest ich dachte ja dumme deutsch schafft über berge über so kleine hügel zu fahren aber nee der hängt da fest ich habe alles abgekoppelt das passt wieder nein nicht umfangen nein 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 hör auf damit warte mal über einen kleinen berg du fährst damit über den felsen ist doch ist doch ein kleiner berg ist doch hier bitte Ich habe es freigemacht für dich Er ist angekuppelt Bratwurst hängt auch irgendwie fest Echt? Ja, er hat hier irgendwie Den Hacker da irgendwie Eingeklemmt Ja, aber jetzt ist der Baum Auch wieder weg Das heißt, geht gleich weiter Der wollte sich töten So, gut Leute, aber ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da Oder ein Abo, falls du neu dabei bist Wäre auch ganz cool Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder Bis dann, haut rein, macht's gut Ciao, ciao